MAMMA MIA! Das ist voll cool! Ich merke, der Level ist an meine momentane Reaktionsfähigkeit angepasst. So, verrecke! Mindestens wird diese Pseudostermmünze nicht kaputt gemacht. Ah, okay, ja. Er hat die Blume kaputt gemacht! Ah! Luigi, wo bist du? Wenn man dich mal braucht! Ah! Ich traue mich nicht weiterzumachen! Okay, da ist eine Sternmünze! Was?! Warum?! Warum kommt der Sitz runter?! Was?! Was zur Hölle?! Wie assi war das denn jetzt?! Das war jetzt gemein! Schweinepriester! Voll fies, ey! Wollte ich mir auf den Kopf knallen! Verpiss dich! Du bist eine Weiche! Also, spüle totes Grippe! Hey! Da ist ja nicht mal Maßarbeit! Scheiße! Ah! Ich hab mir doch den Arsch abgefackelt! Hehehehe! Plopp! Diese wahnsinnigen Drecksbastarde, ne? Die kommen, glaub ich, immer runter, wenn ich springe! Okay! Darum ist er immer runtergerauscht! Ich verstehe! Die Wurms fallen erst, wenn du springst! Das hab ich gemerkt! Fies! Fies! Jetzt müssen sie alle leider abfackeln! Boah! Gleich zwei erwischt! Hehehehe! Das war's für Wert! Wuhu! Boah! Guck mal! Die gehen jetzt alle da runter baden! Oh! Ich bin ein freier Gumbad! Ah! Diese Pein! Wuhu! Wuhu! Gut, dass ich nicht hoch genug springen kann! Sonst würde ich jetzt ausprobieren! Hehehehe! Hehehehe! Die müssen auch unter den Tod fallen! Die müssen auch unter den Tod fallen! Schwannerei! Aber egal! Wir haben's geschafft! Yay! Freude! 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 Eierkuchen! Weih! 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 Und es dreht! Und es dreht! Und es dreht! Ja! Jetzt geh ich mal raus! Jetzt geh ich einfach mal in deine Liste und suche mal einfach irgendein Level aus! Irgendeines worauf ich gerade echt Bock habe! Soll ich einfach... Das Level hat nur ca. 2-3%. Okay. Komm, ich nehm nochmal deine ID. Und dann geh ich einfach mal deine Liste durch. So, just for fun. D, 3, 2, C. Wieder eine poppesvollen Nullen. C. C wie Cäsar. 5. Achso, das ist dasselbe, was du nochmal... Achso, du hast es erneut gepostet. Achso. Alles klar. Ähm, wie war das nochmal? Baumeister. Ja. Favoriten. Okay. Da ist das kleine Fiboki. Wollen wir mal durchgucken. Da hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Your best friend Undertale. Okay. Hatten wir, hatten wir, hatten wir. Hagelalarm im Eiscanyon. Okay. Wigglers Blumenwald. Das Geisterkarussell. Im Land der fliegenden Teppiche. Aladin lässt grüßen. Bowsers Weg. Röhren und... Röhren. Gehen wir nach ganz unten. Piranhas in Röhren. Spielen wir. 1, 2, 3%. Piranhas in Röhren. Blii. Ich glaube, ich darf jetzt deine ganzen restlichen Level durch. Und werde dann einfach den Stream beenden. Weil ich nicht so fit heute bin, wie man schon gemerkt hat. Und du sollst stampfen. Ich scheiße Geld. Ich scheiße Geld. Hast du das gesehen? Ich kacke Geld. Äh. Gumbas in der Todesfalle. Du solltest dich ja umdrehen. Mann, Mario. Plopp. Bap, bap, bap. Bap, bap, bap. Ja, ja, ja. Okay, ja. Ich verstehe. Ja, da kommen sie alle. Ja. Gekonnt überjumpt. Yeah. Bap, 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 bap. Wui. Oh, das tut es aber leid. Aha. Yeah. Yeah. Ich habe zwei Leben dafür gekriegt. Weil ich so immer bin. Plopp. Aha. Da ist dein Feuerball zurück. Marke Eigenbau. Ja, okay. Rein aus Prinzip. Blopp. So. Oakley, Oakley. Ich bin immer noch völlig wegen gestern. Und ich meine nicht Mario Kart. Ich meine hier, äh, ähm, all, hier, all, ähm, ne? Äh, Apfelschorle und so. Ich mag dann, irgendwie, gebe ich all dann immer ein Sternchen. Aber ich mag die, die sind cool. Piranhas in Höh- Gruselwitter der Fragezeichen-Schalter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich wieder nachdenken muss, wird es schwer. Ja. Auch die alte Denkmaschine ist nicht ganz auf Hochtouren. Aber es wird schon, es wird schon. Schnauze! Schnauze! Pam, pam, bam, 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 babadadam, bam, balalalalalala! He, 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 he. Wir lachen so gerne, he, he. Wir hatten im Leben nicht zu lachen. Also machen wir so als Geister. Gut, dass ich diesen Entdecker-Drang habe. Stirb! Okay. Das ist fies. Aber cool. Oh nein! Oh, verdammt, ist der Schalterpalast da unten? Oh, das ist aber ärgerlich. Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ich würde ihn ins Gesicht treffen, aber... Da kommt doch jetzt. Warte mal, so. Ah! So, rein aus Prinzip. Hihi. Hallo! Läuft! Boah! Warte mal. Ich möchte was ausprobieren. So. Einmal kaputt machen. Ich nehm jetzt einfach mal mit. Ich möchte gucken, ob mir das was bringt. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen Schuh wählen. Ich wollte gerade springen. Verdammt. Ich wollte springen. Ich wollte springen. Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich alles neu machen muss. Mensch. Ah, es gibt immer ne Feuerblume. Yeah! Das ist wenn ich da jetzt draufhüppeln würde. Hat eben schon nicht geklappt. Nee. Der blöden Geister sollt mich in Ruhe lassen. Naja, lacht du mal. Oh. Du hast nicht mehr viel zu lachen, wenn ich dich jetzt umbringe. Für den Geist ist das bestimmt peinlich, aber hey. Da, 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 da. Ich will doch nur da durch. Ich wollte gerade sagen, bist du auch mal fertig? So. Bam, bam, bam. Kommt sie wieder alle angescheißert und wollen mich vergenuteln. Nusswurzeln. Oh, todesmutig. Da gab es noch keine Checkpoints. Ach, Mann. Doof. Ja, ja, die Checkpoints. Man hat sie sich die ganze Zeit gewünscht. Und dann kam sie irgendwann auch mal. Ah, jetzt bist du nicht groß und fett genug, um das... Ach, sorry. Ich möchte, dass sie in den Tod fallen. Oh, nein, es hat geklappt. Oh, der Arme. Warum lebt der noch? Oh, okay. Haben wir. Ich habe es vergessen. Wow, 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 wow. Ja, ja, wow, wow, wow. Arschbombe des Todes. Warte mal. Hör? Mann! Ich will ja immer zu schnell durch. Ich muss mir das abgewöhnen. Ist ja doof. Okay, das kriege ich hin. Jetzt aber. Ich bin groß. Kann Feuer machen. Ich bin schon ein ganz großer Junge. Mam, mam, mam. Brrm, brrm, brrm. Und jetzt. Jawohl. Warte mal. Warte, ich wollte was machen. Warte, 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 warte. Das war doof. Ja! Ich wollte den einfach mal mitnehmen. Ja. Wuhu. Kleingeld. Das habe ich mir verdient. Wenn du mich an Armer klemmt, auch nicht brauche Geld. Dö, 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 dö. Warte, warte, warte. Bam, 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 bam. Jetzt aber. Das ist doch nicht wahr. Jetzt ist immer kurz vorm Ziel. Mario-Time haben wir. In einer gemächlichen Runde. Und stärken. Okay. Ich war nur marginal zu lahmarschig, um den Rekord zu brechen. Was mir völlig wurscht ist. Weil ich hier nicht auf Rekordjagd bin. Okay. Kannst ruhig da drin bleiben, Mann. So. Die wilde Scheißerei. Hatte ich heute Nacht auch. Ganz wilde Scheißerei. Und ich weiß, es steht da Schießerei. Bam. Bam. Oh. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Wuhu. Hehehe. Ich liebe diesen Pilz. Der Pilz ist toll. Hm. Ein scrolling-Gedöns. Freude. Welch unsagbare Freude mich da überkommt. Ist da eigentlich Boden? Jo. Ein bisschen Boden. Oh nein, ich hab den Pilz nicht gekriegt. Jetzt werde ich sterben. Ah. Da, 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 da. Wow. Wollte gerade sagen, ich werde den Propeller nur als Notrettung. Diesmal benutzen. Nicht damit rumspielen. Wuhu. Wuhu. Yeah. 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 Okay, ich hab ein bisschen gelogen. Hilfe. Jetzt wäre ich fast draufgegangen. Yeah. Dam, da, da, dam, dam. Jetzt war auf einmal. Was willst du denn, ey? Mongo. Mongo des Pisses. Ich habe Angst, dass er mich haut. Das war ein Level. Ach, welch Freude. Ja. Freude ist ganz Weihnacht. Salz. Kommt einfach so ein Bär darunter. Ja. Okay. Ich mag solche, solche kleinen Versteckchen. Hier, er führte ich voll ins Gesicht, Mann. Ich dachte, jetzt haut er mir den Pilz weg. Dann wäre ich aber sauer gewesen. Na, dann nicht. Er ist, er ist vernünftig. Er weiß, was gut für seine Gesundheit ist und ist freiwillig gestorben. Ja, Mann. Läuft. Auch ein schönes Level. Ja. Mal kurz kratzen. Mal kurz schrecken. Knochen knacken. Ah, ich bin so alt. Ach, ja. Ja. Den hier. Mal zurück. Komm. Okay. Ah, aber kurz gärnen. Ja, gärnen. So. Röhren und röhren. Jetzt wird's peipig. Habe ich so, dass war die Vorahnung, dass es jetzt peipig wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Darf ich da rein? Nein. Darf ich da rein? Nein. Darf ich da rein? Nein. Das war's für Wert. Yeah, 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 yeah. Wahoo. Okay. Okay. Yeah, man. Das wollte ich. Das habe ich gebraucht. Ah, warte. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Ah, da sind mehrere drin. Plopp. Plopp. Im Zweifelsfall einfach durchrennen. Hallo. Jetzt sollten wir... Jetzt stampf doch mal. Ah, ich kacke Geld. Ich wünschte, es wäre im echten Leben auch so. Hätte ich einen hohen Apfelmittelverbrauch. Plopp, plopp. Oh, okay. Da darf ich rein. Sehr schön. Was machst du eigentlich sonst so, wenn du mal nicht streamst? Atmen. Warte, warte, warte. Was mache ich sonst so? Ich gucke sehr viele Animes. Animes, lese Online-Mangas, die mir gefallen. Ich werde von komischen roten Zäpfchen, wahrscheinlich Periodenzäpfchen oder Tampons verfolgt. Die roten Kugeln, wir sind Tampons. Benutzt Tampons. Das ist cool. Ach so, ekelhaft und cool. Warte mal. So, Hilfe. Boah, ich nehme gerne LPs auf. Treffe mich mit Freunden. Geh ins Kino. Gerne ins Kino. Marvel ist toll. Frecke da unten. Ah, aber meins. Ich esse sehr gerne. Nicht nur, weil man davon lebt, sondern weil es auch lecker ist. Ich kacke auch Geld, wie man hier sieht. Oh ja, oh. Tut ein bisschen beim Drücken weh, aber hey. Es lohnt sich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehe ich noch arbeiten. 40 Stunden die Woche, das ist ganz toll. Schlecht bezahlt, aber toll. Ansonsten, ich zeichne auch ganz gerne. Ich zeichne wirklich ganz gerne. Ich habe schon seit Jahren nicht mal richtig gezeichnet. Und ich spare auch so ein Zeichenpad, damit ich dann, das kann man jetzt mit dem Gamepad gut vergleichen, ein Zeichenpad, wo ich dann, das ist dann über USB mit dem PC verbunden. Ich zeichne hier drauf, habe das hier, habe ein Display, zeichne drauf, habe auf dem PC ein Fenster, wo ich dann das Gezeichnete nochmal sehen kann. Weil ich habe da so ein paar spielerische Ideen, sage ich mal. Und dafür müsste ich Zeichnungen professionell am PC machen können. Ja, wenn ich so mit Handzettel, Papier und so weiter zeichne, dann hat man Radierstreifen drauf und oah, das ist dann alles immer so ein bisschen ungeil. Bauer das Weg. Das ist dann immer sehr ungeil. Und darum möchte ich dann so ein Zeichenpad haben, das kostet ein paar hundert Euro. Und ich spare ja erst auf einen neuen Rechner, den ich mir so in ein, zwei Monaten holen möchte. Ah ja, toll. Was geht das wieder los? Ich gehe mal da rein. Okay. Lass mich raten, ich soll bei den Pfeilen trauen, aber ich gehe mal da durch. Okay, alles klar. Wollte ja Bumm machen, habe ich genau gesehen. Ich habe Kamek gefressen. Wie geil. Okay, das kann man nicht fressen. Nein, Yoshi! Nein! Mein Yoshi ist weg! Das ist deine Schuld! Verrecke doch da hinten. Nein! Oh! Schnauze! Hast du dich gar mit? Ah ja, Geld essen. Nein! Das sollte nicht passieren. Türen. Türen! Pfff! Vielen Dank.